Keine Frauen. Nur ein junges Mädchen, das einzuladen Emil sich in den Kopf gesetzt hatte. Alma Schindler, die Tochter des großen Malers Emil Schindler. Punkt 8 kam er. Viel gemütlicher, als wir dachten. Angeregtes Tischgespräch über die Wiener Art, Kunst zu sabotieren. Maler erzählte, dass ein Erzherzog ihm geschrieben und dringend verlangt habe, er solle eine absolut unbegabte, sehr hübsche Sängerin engagieren. Der Oberhofmeister fragt verlegen, ob er dem Erzherzog endlich die Antwort geben dürfe. Antworten Sie ihm, dass ich den Brief in den Papierkorb geworfen habe, sagt Maler. Dass Sie, lieber Kollege, nicht sofort entlassen wurden, sondern der Erzherzog dies schweigend hinnahm, sagt nun Burkhard, zeigt, wie fies sich im letzten Jahrzehnt zugunsten von Kunst und Künstlern gewandelt hat. Heute wäre es nicht mehr möglich, was noch vor meiner Direktion geschah, dass nämlich eine Erzherzogin ein Stück verbieten lässt, weil darin ein unverheiratetes Mädchen mit unehelichem Kind vorkommt. Ebenso ist es seit meinem Amtsantritt ausgeschlossen, dass der Oberhofmeister die Annahme eines Stücks mit der Begründung verbietet, die erlaubte Anzahl der Stücke, in denen ein unehelicher Sohn vorkommt, sei dieses Jahr bereits überschritten. Alma hatte bisher schweigend zugehört. Nun fragte sie temperamentvoll. Warum hat sich das Publikum das gefallen lassen? Maler hatte sie bisher nicht beachtet. Jetzt tahe er sie aufmerksam an. Eine solche Frage kann nur die Jugend stellen, die weiß noch nichts von Feigheit und Kompromissen. Dann wurde das Dessert serviert und Maler wandte sein Interesse den Äpfeln zu. Zum schwarzen Kaffee löste sich die Tischgemeinschaft auf. Ich habe auch ganz vielme quiere, Untertitelung des ZDF, 2020